Also, Stößchen. Wir müssen dir immer das anreden heute noch. Auf besonderen Wunsch vieler Gäste finden sich unter den Wurstvariationen seit Beginn des Jahres auch solche für Vegetarier oder Veganer. Inzwischen sind sie ein echter Verkaufshit. Jetzt machen wir dann eine vegane Currywurst. Ja, da haben wir vor, dass wir eine vegane nehmen, die was ein bisschen gräber ist, ein bisschen würziger und eben mit einer schärkeren Schosse und so mit Curry. Das werden wir jetzt als nächstes noch mal probieren, wie die geht. Hallo? Da komm ich auch wieder. Das ist eine kleine Bosne. Ja, danke dir. Das schmeckt genauso wie normale. Seid ihr eben, aber wie vorstand? Ja, das erste Mal. Das war reiner Zufall. Wann vorbeikommen? Wollen Sie in Linz? Nein, ich wohne in Galsbach. Warum sind Sie heute in Linz? Weil wir eigentlich fährt hier. Das war jetzt reiner Zufall, aber die ist echt gut. Und wenn gar nicht. Was hat es heute noch vor? Wir gehen wahrscheinlich rein. Das Fremdrausch. Wie ist das Leben in der Tocht? Das ist so, dass wir am Tocht sind. Schon, ja. Ich werde mich aufgenommen.